Was ist da? Ist das der Dämon? Ich glaube das ist dieser Tintendämon. Von dem gesprochen wurde. Das ist nicht mehr von wo wir gekommen sind. Müssen wir runter oder hoch? Von hier sind wir gekommen? Glaube ich. Also mit dem Tintendämon möchte ich mich noch nicht anlegen. Ich weiß nämlich nicht, was ich mit dem machen soll. Ich bin da richtig. Ich bin da richtig. Okay, jetzt müssen wir ihr Ersatzteile holen. In so diesen Werkzeugkoffern müssen wir halt reinschauen. Ach da bist du ja Boris. Du hast mir Angst gemacht. Wie geht's? Ich hoffe dir geht's gut. Ich bin jetzt ein bisschen stärker mit dem Ding. Ähm. Ich hatte das Gefühl, hier wären irgendwie... Ich hatte das Gefühl, hier wären irgendwie... ...gemer gewesen. Aber waren anscheinend nicht. Okay. Also so Werkzeugkisten. Anscheinend nicht. Mit der Türen, die Türen. Mit der Türen. Mit der Türen. Mit der Türen. Mit der Türen. Ja, ich bin mir eins zum Voralen. Auch mal. Einen will ich auch noch eine Türen. Aber wie geht's? Aber gut, ich bin mir dran. Ich bin mir dran. Da bin ich dran. Ich bin stark. Okay. Nach oben. Gut. Es ist leider nicht mehr, wo welche waren. Hier. Warte, da müssen wir nicht reinschauen. Okay. Da ist er. Puh. Verschwindet er jetzt einfach wieder so? Ja. Okay. 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 Das war ja okay. Gehen wir weiter nach oben. Ich weiß nicht, es ging ja noch ein nach unten noch, ne? Können wir auch mal ausprobieren auf die 14. Also nach der 9, die auch unten ist. Hey. 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 Schau mal, was du dabei hast. Danke schön. Oh, er hat mich erwischt. Okay. Nochmal den Aufzug hierhin. Hab echt ein bisschen Angst um Boris. Ich kann halt nicht so schnell laufen. Okay, hier sind... Okay, in solchen Dingern müssen wir nachschauen. Gar nicht mal in den Kisten. Oh nein. In den Dingern, okay. Da haben wir schon drei. 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 Vier. Okay. 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 Ruckelt. Ruckelt. Ja. 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 Das Fünfte. Dann müssen wir nur da oben lang gehen. Ich glaube, wir müssen aber kurz warten, der da weg ist. Okay. Oh, hier wird also eine Box gewesen. Also nur noch eins. Achso, der Weg ist jetzt zu oder war er vorher auch zu? Muss ich mir doch mal im Schnitt anschauen. Vielleicht hätten wir da auch gar nicht durchgekommen. Ich muss doch nur noch so ein Ding finden. Gibt's doch nicht. Gehen wir auch alles auf einer Etage? Kann ich nur vorstellen, dass das jetzt auch eine Etage ist, aber anscheinend nischt. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Das darf ja nicht so schwer sein. Das darf ja nicht so schwer sein. Okay. 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 Das hier war leer. Vielleicht liegt das auch irgendwo rum. Okay. 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 So ich glaube da geht tatsächlich nur so ein Stückchen und dann wird es wieder auf. Ah hier. Ja, ja, ich versuch's. Der Aufzug kommt nicht. Ich hoffe einfach, dass dieser Dämon einfach hier nicht ist, dass es mir einfach gemacht wird. Das war gemein. Drei Treppen hoch ist so ein Angel-Ding. Noch eins. Wäre ja schön, wenn sie mir helfen würde, dann wäre es ja mit dem Sterben kein Problem. Ich seh gerade, dass der Schraubenschlüssel immer so in mein Gesicht... Also langsam ist mein Aim echt schlecht. Pores. Wir sind keine Dingsstelle. Was ist schon ein Mädchen? Was ist schon? Da ist Boris wieder. Du brauchst keine Angst zu. Alles ist gut. Was ist denn hier? Da können wir gar nicht hin. Warte. Wo können wir denn schleichen? Nein, es gibt kein Crouchen. Laufen. Ich habe leider den Hint gerade nicht mehr lesen können. Ich habe jetzt was von denen gesammelt. Warte. Eigentlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mit X machen. Warte. 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 Okay. Da läuft was rum. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist doch jetzt schon ein längeres Kapitel. Die letzten waren ja meistens so eine Stunde. Das geht auch so eine Stunde, aber ich glaube es geht noch ein Stückchen. Okay der Typ da vorne. Eigentlich fünfmal wieder. Also wir haben jetzt drei. Dann taucht noch einer immer hier vorne auf. Warte. Okay, dann gehen wir weiter nach oben. Jetzt drei. Also sie hat sie die Angeschwollenen genannt. Also die sind halt voller Tinte. Geschwollen von Tinte. Was ist die nächstes verlaschen? Schade. Kommen wir mal wieder rein. Okay, aber hier scheinen keine zu sein. Dann gehen wir wieder runter. Okay, wir haben die Etage. Hier rumstanden. Ich weiß echt immer noch nicht, was hier los ist. Level 11. Da ist auf P wieder was. Hier scheint nichts zu sein. Ich bin ein bisschen runter. Ich bin ein bisschen runter. Hä? Das war auch gerade unter uns. Wie kann das sein? Laser. Wir müssen den auf jeden Fall irgendwann besiegen. Wahrscheinlich, dass alles hier befreit wird und alles wieder zuckerrosig doll wird. Geht der nicht mehr? Wäre es cool, wenn er irgendwann wieder gehen würde. Geht der jetzt nochmal runter? Okay, er ist oben. Okay. Mal gucken, ob hier was ist. Mal gucken. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß es halt gerade nicht, wo die sein könnten. Ah, ah, oh, we're kind of... Whoa! Vielleicht bleibt er irgendwo mal stehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade auch einfach nicht. Wie wir das Objective halt rausbekommen können. Zip, handsworn searchers on level 11. Ja, wir waren noch auf level 11. Dann haben wir drei Stück, haben wir da gejagen können. Ich gehe jetzt nochmal auf level 11. Warte mal, wir müssen mal kurz gucken. Können wir auch da hinfahren? Ich nehme mich jetzt mit auf die Jagd. Ich muss da durchgehen, ich habe keine Ahnung. Oh. Oh. Ganz darüber beschwert, dass alle... ... ... ... ... ... ...